Ich brauche auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann sollt ihr die Armee im Kehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront! Haben Sie noch zwei Fälle an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Fuckin' die Geld! Das konnte der Führer nicht im Ernst gesagt haben, dass er sie erschießen will. Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da. Wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar! Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Der November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen. Keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren. Er wird sich wieder fangen. Na prächtig! Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf halten! Ich verbitte mir diesen Ton. Das sind doch alles hohle Phrasen! Das ist doch alles hohle Phrasen! Nein, 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 nein! Glorias y heroicos sacrificios. Su voluntad de cooperar a la paz del mundo con su victoria. Nein, 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 nein! Es la lesión de un pueblo que quiera vivir la unidad de la diversidad. Die Flucht wird in diesem Jahr wieder gut gegründet. Die Flucht wird aufwärts und aufwärtschicht in der Luft gegründet. Sie müssen immer wieder aufwärts sein. Sie haben immer wieder aufwärts gegründet. Wie die Invasion von Landen, die Influktion von Landen. Die Influktion von Landen. Es ist mein Fehler!